Bei einem nächtlichen Drohnenangriff, da haben die Ukrainer offenbar ein weiteres russisches Schiff an der Halbinsel Krim versenkt. Unbeständigten Berichten zufolge könnte das Patrouillenschiff Sergej Kotov durch einen Seedrohnenangriff beschädigt worden sein. Einige Quellen sprechen sogar davon, dass das Schiff gesunken sei. Auch die Kerchbrücke soll laut der Seite des Kiew Independent für den Verkehr gesperrt worden sein. Da müssen wir nachfragen bei unserem Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau. Also Christoph, ein weiteres Kriegsschiff der Schwarzmeerflotte soll ja nun schwer getroffen worden sein, angeblich gesunken. Gibt es dazu irgendeine offizielle Bestätigung aus Russland? Soweit mir bekannt ist, haben auf diese Meldung, dass wieder ein Schiff gesunken ist, vor allem erstmal nur die Kriegsblogger reagiert. Das Verteidigungsministerium hält sich in solchen Fällen häufig bedeckt und das wird auch stark kritisiert. Zum Teil von eigentlich kremeltreuen Kriegsbloggern, wie das zum Beispiel der Ukrainer Yuri Padalaka ist. Absolut pro-russisch. Aber in Bezug auf die Informationspolitik des Verteidigungsministeriums kommt von ihm immer wieder Kritik. So auch heute. Er nennt die Vorgehensweise des Verteidigungsministeriums in Russland, in Moskau sowas wie die Vogelstrauß-Politik. Also Kopf in den Sand und wir hören und sehen nichts und sagen nichts. Die Kriegsblogger, unter anderem eben Padalaka, auch wie das Portal Rebar oder auch zwei Majore, alles russische Portale, sagen, dass die Sergej Kotow von den Ukrainer versenkt wurde. Es ist ein Patrouillenboot, ein modernes Boot und es wurde wohl angegriffen in der Nähe der Krim oder direkt vor der Krim von ukrainischen Kamikaze-Booten, auch häufig genannt Seedrohnen. Das sind unbemannte Kriegsgeräte, vollgepackt mit Sprengstoff und die greifen dann auch häufig in Schwärmen oder Rudeln an. Und da sind dann die Besatzungen vor allem nachts relativ chancenlos und ein großes Problem ist auch, dass die russischen Schiffe nicht für solche Attacken ausgerüstet sind. Es gibt da an Bord, wie ich mir habe sagen lassen, zu wenig Maschinenkanonen oder Maschinengewehre. Und wenn dann da ein oder zwei, drei Soldaten gegen 7, 8, 10 solcher Kamikaze-Boote kämpfen müssen, ist das natürlich absolut chancenlos, das Ganze. Und man muss dazu sagen, dass die Ukrainer mit ihrer Kamikaze-Boot-Taktik äußerst erfolgreich sind. Nach meinen Informationen haben sie seit Kriegsbeginn schon 21 Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte entweder stark beschädigt oder eben auch dann zerstört oder versenkt. Und das ist da ein großer Erfolg, weil im Prinzip hat die Ukraine gar keine Flotte mehr. Deswegen ist immer die Rede von einer Moskito-Flotte und da meint man dann eben auch diese kleinen oder relativ kleinen Kamikaze-Boote. Also ein Erfolg für die Ukrainer wieder einmal das dritte zerstörte Kriegsschiff der Russen in diesem Jahr. Aber wenn man sich den Krieg insgesamt anguckt, sind diese Erfolge gegen die Schwarzmeerflotte wohl nicht mehr, zumindest im Augenblick, als Nadelstiche, die den Russen wehtun. Aber sie werden, wie ich das beurteile, am Kriegsverlauf nichts ändern. Also an all dem, was an Land passiert. Und da ist es tatsächlich so, das muss man auch dazu sagen, dass die Russen weiterhin die Oberhand haben, angreifen, nahezu über die gesamte Front hinweg von ungefähr 1000 Kilometern. Und die Ukrainer, das ist auch eine Tatsache, halten dagegen, stemmen dagegen, wie sie nur können und führen immer neue Reserven auch in die Kämpfe, gerade auch im Donbass, das heißt gerade auch in der Provinz Danetsk. Und auch deshalb muss natürlich weiteres Kriegsgerät in die Ukraine geliefert werden, aus ihrer Sicht. Dankeschön, Christoph Wanner, für deine ganz aktuelle Einordnung. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Vielen Dank.